Oh Mann ey, da sind wir jetzt Micha. Wir beide alleine im neuen Stream. Keine Sorte. Im neuen Stream? Recording in progress. Bin mal gespannt, wenn jetzt gleich der erste kommt. Trauerspiel. Zwickau und der MSV. Wahnsinn. Ja, wir können ja einfach mal ein bisschen smaller halten. Moritz, Moritz Toffelkamp, schreibt gerade. War eine geile Folge. Beim nächsten Mal bitte gerne länger. Ja Leute, nehme ich auf meine Kappe. Ich muss mir noch einen neuen runterkaufen. Du kannst ja schon mal, inzwischen sind bei mir acht aktive. Du kannst ja schon mal den alten löschen. Nicht, dass die wieder zwei Folgen existieren. Ja, das machen wir mal. So, sind ein paar Zuschauer da. Ja, ich hatte gerade auch in den Chat schon geschrieben. Also, für die, die schon da sind, während Stefan hier so ein paar technische Sachen macht, erkläre ich schon mal ein bisschen was. Also, der Grund, warum wir heute ein bisschen später sind, liegt zu 100 Prozent bei mir. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten, das pünktlich bis 21 Uhr zu schaffen. Und zwar tatsächlich mit Pilzbier verbundene Gründe. Und zwar wurde ich nicht weggelassen an einem Ort. Freunde, die ein Hotel besitzen, haben den Saal abgerissen, beziehungsweise reißen den Saal ab. Und heute war für den Freundeskreis die letzte Veranstaltung im Saal, bevor dann morgen abgerissen wird. Und dementsprechend war ich gerade in diesem Saal und habe das ein oder andere Pilzbier trinken müssen. Wurde da nicht weggelassen und das Ganze mal eben ganz schnell kurz zwischen meiner Arbeit und dem normalerweise sehr schönen Podcast, der nun mal seit Monaten eigentlich nicht mehr so schön ist aufgrund der Ergebnisse. Aber mit dir, Stefan, ist es immer schön. Und mit euch, liebe Potbolzer Community, ist es auch immer schön. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier bei euch sitze. Ich habe zwar kein Bier mehr in der Hand, aber schon einige drin. Ja, dann wird es ja eine feuchtfröhliche Sendung jetzt gleich. Und ich würde mal sagen, nachdem du das jetzt hier nochmal so transparent erklärt hast und wir beten und hoffen, dass das Ganze jetzt, das nehme ich jetzt diesmal mal wieder auf meine Kappe, äh, auf meine Kappe, halten wir also mal fest. Internet wurde verbessert. Rechner wurde verbessert. Das Einzige, was jetzt immer noch hakt, ist dieser verkackte Router von O2. Also Schleichwerbung nicht in dem Fall für O2. Mann, ey. Schön, dass du dich auch gerade hier zur Fankurve umdrehst und den Router anschreist. Mensch, du Scheißteil. Ne, würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier aber am Start und gehen wir mal voll rein. Wir sehen uns gleich nach dem Intro und dann geht's los. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß. So, da sind wir also. Die meisten sind jetzt auch da. Deswegen nochmal schönen guten Abend. Bisschen später geworden. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902. Ich denke mal, wir sind aber alle noch, ja, in bester Laune, um zumindest hier ein wenig zu diskutieren. In bester Laune natürlich nicht, wenn ich über das gestrige Spiel sprechen möchte. Mit dir lieber, Michael. Deswegen auch nochmal schönen guten Abend nach Schermbeck ins Loft. Der MSV verliert also 2 zu 3 in Zwickau. Und da werden wir, und da müssen wir natürlich gleich drüber sprechen. Aber wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Themen im Gespräch. Wir sehen es hier gerade schon im Ticker. Wir möchten mal ganz kurz nochmal ein wenig zurückblicken auf die Jahreshauptversammlung, die ja am Dienstag im Zirkus Fliegflag stattgefunden hat. Und der eine oder andere wird jetzt schon Böses berichten und sagen, ja, das war auch die reinste Kirmes- oder Zirkusveranstaltung. Also werden wir damit gleich mal ein wenig starten, ein bisschen anfangen. Dann haben wir Ivo Grilic gestern auch beim Magenta Sport vorm Spiel gehört. Da hat er gesagt, was das für ein Trainer sein muss, der jetzt hier kommen soll. Also Wahnsinn, könnte man auch mal den einen oder anderen Clou aus der Vergangenheit dann in diesem Zusammenhang wieder mal gleich thematisieren. Können wir uns aber darauf gefasst machen. Und dann haben wir natürlich wie immer vorm Spiel gefragt, Sieg oder Gino. Wir haben nach dem Spiel Zebra of the Week, mal wieder nach einer Niederlage. Wir haben die Matchnote. Und wir blicken ein wenig voraus, denn am Mittwoch geht es im Niederrhein-Pokal weiter. Und, Micha, unser großes Spiel am kommenden Montag in Lautern, wo wir dann auch zu Gast sein werden in der Halbzeitpause. Da freuen wir uns natürlich drauf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zittert man ja diesem Spiel schon ein wenig entgegen, denn umgekehrter könnten die Vorzeichen ja gar nicht sein. Aber um das jetzt alles mit dir zu besprechen, sage ich jetzt nochmal, wie gerade auch schon, schönen guten Abend zu dir, Micha. Hi. Grüß dich, Stefan. Ja, lange, langes Intro, sehr viele Themen, die zu besprechen sind. Ich freue mich, dass ihr, liebe Zuschauer, jetzt hier bei YouTube Live auch inzwischen wieder zahlreich da seid. Noch mal sorry für das Hin und Her. Das Problem ist, dass wir technischer Natur es gerade nicht hinbekommen, dass wenn ein Stream mal abbricht, der gleiche Stream wieder bedient werden kann. Schön, dass ihr alle da seid. Trotz oder wegen der aktuellen MSV-Situation? Darüber wird zu reden sein. Wir sehen jetzt gerade schon den einen oder anderen Kommentar. Werden wir auch mit Sicherheit gleich immer mal wieder aufnehmen. Ich glaube, die Emotionen kochen schon wieder ein bisschen hoch natürlich aufgrund der letzten Tage, speziell auch nochmal, wie gesagt, Dienstag, die Jahreshauptversammlung. Wobei der eine oder andere jetzt hier gerade schon so ein bisschen das Ganze versucht auch zu relativieren. Gehen wir aber mal chronologisch ein wenig durch die ganze Geschichte. Und zwar habe ich das ganze Thema einfach mal hier in die MSV-News mit reingepackt. Micha und da haben wir natürlich ein schönes Foto. Der Ivo war gestern bei Magenta am Mikrofon. Und er ist ja trotzdem auch so eine Figur, die passend zur Jahreshauptversammlung dort im Fokus stand. Also er hatte einen Redeanteil von, ich glaube, ich könnte mich gerne korrigieren, so um die 40 Minuten. Wurde dann halt natürlich mit Pfiffen empfangen. Was heißt natürlich, aber folgerichtig, glaube ich, aufgrund der letzten Monate und der letzten Jahre mit ein wenig Pfiffen begleitet. Und man konnte zumindest dem Teil, in dem die Presse dort noch anwesend war, entnehmen, dass er ein wenig, kann man sagen, arrogant aufgetreten ist oder ein bisschen so verwundert auch darüber war, dass man hier im Kreise der Familie ausgefiffen wird. Und das verkörpert ja schon so den Anschein, dass er sich jetzt keiner Schuld bewusst ist. Möchte ich jetzt vielleicht mal gar nicht so sagen, aber ja, hat er dann in dem Fall nicht so ganz Töfte gefunden. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Ich würde sagen, dass Ivo auch kein dummer Mensch ist und in dem Moment vielleicht so ein bisschen gedacht hat, ey, ich muss jetzt mal Stärke zeigen, weil sonst werde ich hier tatsächlich mal abgesägt. Sich wieder für Fehlleistungen zu entschuldigen, wäre dann irgendwann einmal zu viel gewesen. Dementsprechend schiebt er hier die Schuld von sich. Und ja, es ist nun mal so, dass sich die Wut der Fans dann am Ende, wenn ziemlich viel aufeinander kommt, immer in Richtung, ja, in eine Richtung kanalisiert. Man sucht sich jemanden aus und natürlich ist Ivo jemand, der verantwortlich ist für das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und dementsprechend war es Ivo. Und dass Ivo, so wie ich es letztes Mal gesagt habe, ja, Ivos Herz so ein bisschen am MSV hängt, da gehe ich auch immer noch von aus, dann tun die Pfiffe dann oder die Buhrufe natürlich auch weh. Und er muss in seiner Rolle Stärke beweisen. Und ich sage es mal, wir haben es zwar letztes Mal auch schon gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal in aller Deutlichkeit, die nächste Patrone muss sitzen. Aber die sollte es doch beim letzten Mal auch schon, oder? Deswegen sage ich, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt und es gab keine Konsequenzen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Konsequenzen in Sachen Sportdirektortausch nicht passieren, dann ist, glaube ich, auch dem letzten Präsidenten und dem letzten Aufsichtsrat bewusst, dass das die allerletzte Patrone jetzt ist. Definitiv, ne? Also muss man sich schon die Frage stellen, was da auch so ein bisschen. Und nochmal, der eine oder andere sieht es ja auch gerade ein bisschen kritisch, wie auch die Presse zudem darüber berichtet hat. Wie gesagt, ich war nicht da, du warst auch nicht da. Du warst zum Beispiel beruflich verhindert, ich musste arbeiten. Ja, gleicher Grund also. Ich habe überlegt, wie ich jetzt aus der Nummer wieder rauskomme. Aber du hast es charmant mit einem Lächeln weggelächelt. Genau. Ich habe mich geärgert, Stefan. Ich habe mich echt geärgert, weil ich war um 21.15 Uhr, hatte ich Feierabend und hätte ich mich dann noch ins Auto gesetzt und wäre nach Duisburg gefahren, hätte ich tatsächlich noch ein bisschen was mitbekommen. Also ich habe irgendwie von vornherein gedacht, naja, ich muss zwischen 18 Uhr und 21.15 Uhr muss ich arbeiten. Dementsprechend macht es für mich keinen Sinn, da hinzufahren. Am Ende hätte ich doch noch hinfahren können und hätte ein bisschen mehr über die Aussprache jetzt berichten können. Gut, aber ob wir jetzt dabei waren oder nicht, aber es sind ja so Themen angesprochen worden, wie der verpasste Aufstieg jetzt beispielsweise damals noch mal vor zwei Jahren, dann die ganzen Trainergeschichten in Form von Weg von Lieberknecht, dann hin zu Gino Lettieri. Die Thematik wurde dann noch mal, glaube ich, aufgerollt, so nach dem Motto, wusste ich nicht, dass das so in die Buchse geht, bis hin zu, was mich auch so ein bisschen verwundert hat, Pavel Dotschev sei müde gewesen jetzt zum Schluss. Also ich sage mal so, ist ja noch gar nicht so lange her, wo wir ihn verpflichtet haben. Da war er dann auch taufrisch oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich sage mal so, der ist ja in Köln, hat er aufgehört und eine Woche später war er ja beim MSV. Da hätte man ja auch da schon... Das ist die Müdigkeit, von der er spricht. Ja, aber da hätte man doch auch da schon auf die Idee kommen können, der könnte jetzt müde sein. Plus die Thematik, die wir ja letzte Woche mit dem lieben Markus Höhner besprochen haben. Schönen guten Abend, Markus, an dieser Stelle. Hätte man dort dann spätestens im Sommer auch auf die Idee kommen können, nach den negativen Ereignissen und der Ergebnisse aus der letzten Saison schon gegen Ende, dass er dort müde sei. Und jetzt nach, weiß ich nicht, acht Wochen dahin zu gehen und zu sagen, boah, der ist müde, der ist ausgebrannt. Weiß ich nicht. Ja, genau. Also ich halte die Aussage, dass dort Chef müde und ausgebrannt ist, halte ich für vollkommen richtig. Ich glaube aber, dass es einfach, wie du sagst, zu spät erkannt wurde. Ich würde da aber noch nicht mal so die Müdigkeit anführen. Ich glaube, dass er für einen Energieaufwand eines Saisonendspurtes letztes Jahr hat es gereicht. Aber wenn dann eine Saison wieder mit Problemen beginnt, dann kannst du dich nicht erholen. Und dort Chef hat ja in den ersten Spielen dieser Saison immer wieder gesagt, gefühlt kann ich hier nie durchatmen. Und diese Situation ist für einen ausgeruhten Trainer eine normale und für ihn wahrscheinlich eine sehr, sehr belastende gewesen. Und da hat sich dann diese Überlastung, sag ich jetzt einfach mal, wiedergespiegelt. Also ich bin zu 100 Prozent bei Markus Höhner. Man hätte im Sommer nach den schlechten Ergebnissen nach der Klassensicherung, nach dem Klassenerhalt, hätte man reagieren müssen. Denn jetzt kostet uns das Ganze auch nicht unbedingt viel, viel weniger, als wenn wir ihn direkt am Anfang der Saison getauscht hätten. Ich habe mir, wo ich am Dienstag, so heißt ich wirklich, muss ich dazu sagen, eifrig bei Reviersport am Ticker. Ich habe mir das Ganze so nebenbei durchgelesen. Und ich habe mir auch ein anderes Thema so aufgemacht. Und zwar, ich könnte mich gerne korrigieren, aber es waren, glaube ich, 500 Leute vor Ort. Also Mitglieder. Und jetzt einfach mal eine Frage, ne? Für jemanden, also stelle ich mir jetzt zumindest so, ne? Ist der MSV auf der einen Seite froh, dass da jetzt nicht 5.000 vor der Tür standen, so dass 5.000 hätten einen Krawall machen können und noch mehr Stimmung dagegen und, und, und? Oder sagen die ganz einfach, ja, ist irgendwie doch auch schade, weil das, was, also jeder kennt es ja. Ob wir das hier sind bei Pottbolzer, ob du das bist bei dir im Beruf oder im Privaten. Und jeder, der der Ausrichter ist, der was organisiert, der irgendwas auf die Beine stellt, sei es von mir aus ein Heimspiel oder sei es von mir aus eine Jahreshauptversammlung, der möchte doch eigentlich mit solchen Geschichten auch Resonanz bewirken. Und wenn ich jetzt mal die Zuschauerzahlen sehe, ne, in den letzten Heimspielen, du hast jetzt auch eine Jahreshauptversammlung, die zum Beispiel ja auch letztes Jahr gar nicht stattgefunden hat und wo die meisten Leute sagten, boah, auf die Jahreshauptversammlung, da freuen wir uns jetzt doppelt und dreifach. Und dann hast du so ein Interesse. Gar nicht böse gemeint gegen die Leute, weil wir beide waren ja auch nicht da. Aber ich will damit sagen, kann das eigentlich sein, dass den meisten mittlerweile einfach nur noch komplett am Arsch vorbeigeht? Das ist die größte Gefahr. Das ist die größte Gefahr in der gesamten Situation, dass dem einen oder anderen Fan so eine Egal-Einstellung hinterherläuft oder ihn einholt. Wir alle kennen das durch die Corona-Phase. Ich kenne das beruflich sehr, sehr gut, dass man aus so einer Lethargie auch erstmal wieder rauskommen muss. Sei das im privaten Bereich, sei das im beruflichen Bereich. Für diejenigen, die nicht gearbeitet haben in der Zeit damals, und wenn dann noch eine Phase dazukommt, nach einer Phase oder inmitten einer Phase, in der du das Gefühl hast, boah, es geht mir nur noch alles auf die Nerven. Ich meine damit Corona. Wenn dann noch die MSV-Saison dazukommt mit allem, was dazugehört und du quasi in die gleiche Narbe wieder mit dem Messer reingestochen bekommst, dann denkst du dir irgendwann, ich muss hier mal Abstand von nehmen. Und das ist das Gefährlichste. Sehr, sehr, sehr gefährlich für den MSV. Denn ich habe es irgendwann mal gesagt, als wir vor zwei Wochen, glaube ich, war es, als wir mit dem Simon gequatscht haben, habe ich mich mit den Worten verabschiedet, der MSV ist alles aber nicht egal. Und das ist die größte Gefahr, dass der MSV egal wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass der MSV auch froh sein wird, dass der ein oder andere überkritische Fan dann gesagt hat, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich gehe da nicht hin. Denn ich habe es gerade im Chat gelesen, die Aussprache sei relativ unspektakulär verlaufen. Wer weiß, ob das dem MSV nicht sogar relativ recht gewesen ist. An dieser Stelle nochmal, bevor du gerne weitermachen darfst, einen wunderschönen guten Abend auch an Piet. Piet ist inzwischen auch dabei und schaut uns zu. Piet, wir sehen uns Montag in der Halbzeitpause. Ja, aber für jemanden, der, also ich sage mal schon, dass ich auf der Arbeit viel Pfeffer habe und sehr, sehr viele Emotionen reinlege. Und genauso habe ich auch die letzten 30 Jahre den MSV verfolgt. Und ich möchte ja jetzt gar nicht nur von mir sprechen, aber du kannst es ja an jedem Post, du kannst es an jedem Stadion besuchen, du kannst es an allen Dingen festmachen. Das Schlimmste, was niemals irgendwo passieren kann oder darf oder sollte, ist diese Gleichgültigkeit. Diese Emotionslosigkeit, dass die Leute sich abwenden, sodass irgendwann irgendwo mal gefragt wird, ach, der MSV hat heute gespielt, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, so wie die deutsche Nationalmannschaft. Das Oliver-Bierhoff-Syndrom ereilt uns. Ja, und das ist für mich einfach das, was ich damit sagen wollte, denn ich war nicht da, ich habe es gelesen. Trotzdem machte ich mir meine Gedanken, weil, wo ich mir denke, oh, da ist aber Potenzial für mehr Leute. Aber anscheinend ist das Interesse auch gar nicht da, obwohl es natürlich sehr, sehr polarisierend hätte eigentlich zugehen können. Viel Konjunktiv ist halt in dem Fall nicht gelaufen. Am Ende des Tages waren das mit Sicherheit so die spannendsten Themen und ich glaube, danach wurde sowieso die Presse vor die Tür gebeten. Und ja, von mir aus an dieser Stelle dann halt auch nicht mehr Raum für weitere Spekulationen. Sollte dann jetzt weitergehen, zumindest übergangsweise nach der Beurlaubung von Pavel Deutschew hin zu Uwe Schubert, der jetzt gestern übernommen hatte. Und auch dort liest man ja, gib denen doch mal ruhig ein paar Spiele oder lass ihn doch mal machen. Oder der hat das im Nachwuchsleistungszentrum ganz gut gemacht. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Das Thema Trainer. Denn wir sehen jetzt auch gerade das Zitat oder die Aussage vom Ivo. Kann ich ja einmal kurz vorlösen. Wir führen derzeit sehr viele Gespräche. Wir wollen natürlich einen Trainer, wir wollen natürlich einen unverbrauchten Trainer, einer, der etwas entwickeln kann, der viel Energie mitbringt, der zum MSV Duisburg passt und die Vision in sich trägt, die wir auch haben. Dann ist es der richtige Trainer. Jetzt haben wir zwei Themen. Machen wir mal eben. Beziehungsweise wir haben eigentlich nur ein Thema. Wir haben ja das Trainer-Thema. Ich frage mich, in diesen Aussagen stecken ja auch wieder einige Widersprüche drin. Denn wenn ich jetzt... Kannst du mir erklären, wie man jetzt darauf kommt, nachdem in den letzten Monaten und Jahren so viele Trainer verschlissen wurden, denn du hattest ja auch verschiedene Ansätze, ging es eigentlich bei Lettieri im Prinzip und bei Dortchiff eigentlich nur darum, die Klasse zu halten. Weil anders kann ich mir diese Aussagen ja nicht erklären, denn wenn er sagt, wir wollen jetzt einen unverbrauchten Trainer, dann waren die beiden ja nicht unverbraucht. Ja, genau. Also die einzige Erklärung ist, wir haben mit Lieberknecht einen Trainer gehabt, den wir konzeptionell verpflichtet haben, bei dem zumindest im ersten Jahr alles wunderbar gepasst hat, der einen guten Fußball gespielt hat, der Identifikation mit dem Verein hatte und so weiter. Die Spielidee, alles super. So, und dann hat aus irgendwelchen Gründen das Ganze nicht mehr gegriffen, die wollen wir jetzt nicht wieder erörtern, ist der falsche Zeitpunkt. Und dann kam, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Saison zumindest die Klasse halten. So, dann kam Gino und Gino hat die Situation verschlimmert. Und dann kam, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der diese Liga kennt. Wir brauchen jemanden, der weiß, wie man in der dritten Liga überlebt. So, und dann war die logische Konsequenz Pavel Dotschev. Man hat dann den Fehler gemacht im Sommer, haben wir letzte Woche drüber gesprochen mit Markus. Und wenn das die Konklusion ist, dann stimme ich Ivo vollkommen zu. So, wenn er aus der Not heraus quasi Feuerlöscher engagiert hat, dann hat er nur den Fehler im Sommer gemacht. Natürlich hat er auch einen großen Fehler mit Gino gemacht, keine Frage. Aber er hat einen Fehler im Sommer gemacht, dass er da nicht wieder zurückgekehrt ist zu den Visionen, wie er sie nennt. Aber die Idee, ich habe es zu dir gestern, glaube ich, am Telefon gesagt, wir brauchen Emotionen. Wir brauchen einen Trainer. Wir haben mit Simon über einen jungen Trainer gesprochen. Und all diese Dinge, Emotionalisierung, Identifikation, Ideen und so weiter und so weiter, das sind alles Dinge, die Ivo hier anführt. So, wenn wir jetzt mal weglassen, was in den vergangenen Monaten passiert ist, dann unterschreibe ich diese Aussage von Ivo zu 100%. Ja, wenn wir das weglassen. Genau. Nur ich kann natürlich jetzt nicht verstehen, nachdem ich den 35. Trainer jetzt hier am Start habe, wie ich jetzt erst darauf kommen kann oder von Visionen und von Entwickeln sprechen kann, hätte, sorry, Micha, aber vielleicht sehen wir es ja auch gleich, aber auch letztes Jahr schon, im November, da hättest du auch einen holen können, der auch was entwickeln kann. Nur weil wir da in Abstiegsnot sind, heißt es ja nicht, dass du immer nur vorher, also die Zeit von Peter Neurora, die ist ja heutzutage vorbei, ich meine, es gibt genügend Beispiele, wo auch im Profibereich junge Leute einfach mal reingeworfen werden, wenn die qualifiziert genug sind. Ja, und da muss jetzt nicht, nur weil du auf dem Abstiegsplatz stehst, ein Pabbel-Dotchef geholt werden, der in Köln eine Woche vorher rausgeschmissen wird, nur weil man glaubt, der hat die Erfahrung. Alles gut, ich verstehe. Wenn er gut ist, dann ist er gut. Ich bin vollkommen bei dir und genau das, was du ansprichst, muss jetzt auch passieren. Das heißt, wir müssen jetzt weg von dieser Feuerlöscher-Mentalität, aber ich kann, Ivona, ich kann es verstehen, dass du, ich sag mal, das Wort Experimente, ja, so, und wenn du in einer Situation, durch die wir, in die wir durch die schlechten Ergebnisse unter Lieberknecht und unter Gino geraten sind, wenn du da Experimente eingehst, dann kannst du auch sang- und klanglos untergehen und wir kennen alle die Situation um den MSV und in dem Moment war das Wichtigste, dass wir diesen scheiß Klassenerhalt schaffen, was absolut unter unserer Würde ist, überhaupt den Klassenerhalt diskutieren zu müssen in der dritten Liga, wenn man den Verein an sich nimmt, ja, so, aber in dieser Situation kann ich es tatsächlich irgendwo sogar nachvollziehen, so, aber der Lerneffekt jetzt aus dieser Situation letzte Saison, der muss dazu führen, dass du jetzt genau diese Schritte machst, so, und dass Ivo diese Chance jetzt bekommt, mag man kritisieren, ich tue das auch, ich bin auch der Meinung, da muss vielleicht schon ein paar Monate vorher ein bisschen was anderes passieren, ja, wie Markus es auch gesagt hat, im Sommer doppelt wechseln, ja, aber wenn alles so ist, wenn Ivo die Chance jetzt bekommt, dann bin ich froh und das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen albern, aber ich bin froh, dass Gino diese Worte wählt, äh, Gino sag ich schon, Entschuldigung, dass Ivo diese Worte wählt, weil dann sind wir zumindest jetzt gerade punktuell an diesem Datum heute einer Meinung. Soll ich dich mal ärgern? Nein. Weil es ganz viele Leute hier geschrieben haben. Was denn? Ich möchte deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn ich jetzt Thorsten Lieberknecht sage. Hm. Schreibt es nämlich gerade einer, beste Offensive der Zweiten Liga. Ach, hör auf. Hört mal eben den SV Berner Bremen 3-0 aus dem Stadion. Hör auf. Ja, ja, ja. So, ich habe schon ganz oft drüber gesprochen und Lieberknecht ist für mich der größte Fehler, den der MSV jemals gemacht hat und zwar nicht das Einstellen, sondern das Abservieren. Ja, da ist dann die Geduld aus Angst heraus, der Angst heraus wahrscheinlich da gewesen, was auch immer, ja, und die faulen Äpfel, die lagen nicht im Trainerteam, sondern die lagen ganz woanders. Schreibt nämlich schon, der Moritz Thorsten ist der beste Mensch der Welt. Ja gut, nach meiner Frau natürlich. Hallo Moritz, was mit deiner Mutter? Ehrlich, ey, wollte ich gerade sagen. Nein, aber alles in Ordnung, von daher, die Leute lieben ihn, ja, merken wir gerade. Aber lass uns in die Zukunft schauen. Ja, nur, jetzt kann ich den einen oder anderen, der hier gerade auch ein bisschen mob hat, natürlich auch verstehen, ne. Ich glaube, wenn ich jetzt mal die Zeit zurückdrehe, und es ist ja ungefähr jetzt ein Jahr her, knapp, seit dieser Geschichte, ähm, mir kommt ein bisschen die ganze Situation nicht so aufbrodelnd vor, wie es letztes Jahr war. Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, wo Lieberknecht so seine letzten Atemzüge bei uns hatte, dann rasiert wurde und dann Gino kam, das war ja dann wie so ein Pulverfass, da hättest du ja nur noch so ein Körnchen draufknallen müssen und da wäre komplett Duisburg in die Luft gegangen. Jetzt habe ich so das Gefühl, nachdem, äh, Ivo zwischendurch dann wieder zwei Trainer, äh, weggeklatscht hat, ist gar nicht mehr genauso in der, also mittlerweile denkst du dir auf der einen Seite, jo, scheißegal, passiert eh nix, klappt eh nix, wird eh nix, ja. Pass auf, nach der, nach der ganzen Kraft und Energie, die jeder MSV-Fan aufgewendet hat in den vergangenen Monaten und, äh, letzte Saison, das hat Spuren hinterlassen und dann kommt, äh, Piet hat's gerade geschrieben, Corona ist auch an uns allen nicht spurlos vorübergegangen, das beeinflusst die Psyche der Menschen, so und nach dem letzten Kraftaufwand, um den MSV wieder in die richtige Richtung zu kommen, äh, zu bekommen, kommt auch bei dem einen oder anderen und vielleicht bei sehr, sehr vielen MSV-Fans ein ganz, ganz schlimmes Wort, Resignation. Wenn du nicht mehr daran glaubst, dass die handelnden Personen das Ruder rumreißen können und du der festen Überzeugung bist, dass der MSV nur auf den richtigen Weg kommen kann mit Wechseln in der Verantwortlichkeit, in der sportlichen, dann resignierst du irgendwann. Ich kann das verstehen. Und bevor jetzt alle Leute da draußen ausrasten, gehen wir mal rein in die heutige Presse, Hajo Sommers, RVO-Präsident, über MSV-Interesse an Terranova. Also ich dachte, die ich heute gelesen habe, da wäre ich ja fast vom Hocker gefallen. Also, sorry, wenn Mike Terranova jetzt unser, boah, in die Datenkreis wäre, dann, Prost Mahlzeit. André Pavlak, derzeit Co-Trainer beim 1. FC Köln, Mike Terranova, Rot-Weiß Oberhausen und, ja, der konkreteste Name, der jetzt im Moment immer mehr durch sickert, ist Patrick Kohlmann, ehemaliger Profi und zuletzt Co-Trainer beim Zweitligisten Holstein Kiel. Wenn ich dich jetzt frage, wie viele Spiele von Patrick Kohlmann hast du aktiv verfolgt als Spieler und auch als Trainer, wirst du mir mit Sicherheit sagen, relativ wenig, wobei man jetzt sagen müsste, junger Typ erst mal. Ja, Punkt 1, Haken dran. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange er bei Holstein Kiel war, denn... 2017. Okay, dann hat er ja in den letzten Jahren richtig gute Arbeit an Stein gemacht. Und vor allem auch richtig gute Arbeit gesehen. Holstein Kiel ist, lass mich nicht lügen, relativ souverän durch die Saison gegangen und hatte durch Corona dann relativ viele englische Wochen und ist dann noch auf den Relegationsplatz gerutscht in der vergangenen Saison und hat dann gegen Köln 1-0 gewonnen und 5-1 verloren. Ich glaube, so war es. Hat den FC Bayern aus dem Pokal geworfen, ist dann erst im Halbfinale, glaube ich, gegen Dortmund rausgeflogen. Also, wenn wir sagen, Kohlmann hat in den letzten vier Jahren bei Kiel ziemlich viel beobachtet und auch mitgelenkt, man darf nie vergessen, dass Co-Trainer auch für taktische Dinge oft verantwortlich sind, siehe Löw unter Klinsmann, siehe Flick unter Löw, dann könnte man ihm zugute halten, dass er auf der einen Seite sehr viele gute Fußballspiele bei Kiel gesehen hat in der vergangenen Saison, sie haben sehr, sehr starken Fußball gespielt. Ich kann mich an ein Spiel erinnern und zwar dieses 6-5 gegen die Bayern, das habe ich gesehen und habe gedacht, die spielen echt einen guten Ball und die spielen gegen den FC Bayern und spielen da einen ganz anderen Fußball als der MSV in Zwickau. Und also, ich sehe das gar nicht negativ, ich sehe Kohlmann nicht als negative Personalie. Ich muss ganz kurz noch mal, also bevor wir mit Kohlmann weitermachen, noch mal ganz kurz ein Hinweis zu, gerade eben zu dem Corona-Thema. Liebe Zuschauer, die ihr im Chat über dieses Corona ist keine Ausrede diskutiert, ich habe gerade nur von den Fans gesprochen, dass Corona an den Fans nicht spurlos vorübergegangen ist und man dann irgendwo in eine Resignation gerät, nicht von dem MSV. Ja, woher ich den wieder kenne? Nicht nur als Co-Trainer? Linksverteidiger. Ich habe den in Erinnerung, wo der bei Union Berlin gespielt hat, als Spieler, jahrelang. Und das finde ich nämlich ist auch eine coole Geschichte, auch dort als Spieler schon so einen Aufschwung von einem Verein noch begleitet, als Spieler, weil, also da wo Union jetzt steht, da standen sie ja zu diesen Jahren damals auch nicht. und jetzt haben wir es nämlich auch noch mal hier in der Übersicht, 78 Spiele unter oder mit Ole Werner, 38 Spiele, also auch eine Saison mit Markus Anfang, mit Tim Walter, ebenfalls eine Saison und mit André Schubert und Dirk Bremser. Lassen wir jetzt mal außen vor, aber gerade den Anfang Fußball bei Kiel damals, top, top, top. Dann auch bei Tim Walter, der sofort danach den nächsten Schritt auch, glaube ich, nach Stuttgart gegangen ist, auch top, top. Und Ole Werner, der hat ja auch zweieinhalb Jahre gezeigt, was er kann mit Holstein-Kiel, nicht gerade zuletzt auch in der letzten Saison mit dem DFB-Pokal. Also, der hat erstmal mit diesen Leuten zusammengearbeitet, so wie du gerade sagtest. Der stand für sehr, sehr erfrischenden Offensivfußball. Heutzutage wird er mit Sicherheit auch als Co-Trainer dort Mitspracherecht haben. Und, das waren dann auch alles Jungs, sag ich mal so, auf Augenhöhe. Also auch im Team zusammengearbeitet, mit ebenfalls jungen, hungrigen Trainern. Und das könnte ja so dann in dem Fall für ihn sprechen. Ja, jetzt müssen wir, eine Sache und im Chat wird es auch schon sehr, sehr hitzig diskutiert. Und das ist auch mein letzter Punkt dann zu Kohlmann. Kohlmann besitzt momentan nicht die gültige Lizenz. Du brauchst in der dritten Liga den Fußballlehrer. Und deswegen könnte es ein Problem geben. in, ich weiß nicht, wie die Statuten sind, wenn du die Ausbildung quasi begleitend machst. Dazu brauchst du aber jemanden, der dann als Trainer da steht und du machst es dann als Teamchef quasi. viel wurde diskutiert in Köln, in Köln sage ich, in Kiel, als Kohlmann jetzt am 7. Oktober war es glaube ich, gesagt hat, ich höre hier auf, wurde in Kiel auch von den Fans diskutiert, mal, ich bin mal gespannt, wo wir Ole Werner und Kohlmann demnächst zusammen wieder sehen. Das wird sich der MSV aber wahrscheinlich nicht leisten können, Ole Werner und Kohlmann zusammen. Ist doch egal, dann hat er halt keine Lizenz. Was er aber ist, er ist vereinslos, Mensch. Er ist vereinslos, den können wir schnappen. Und Micha, was er auch nicht ist, ich kann dir jetzt schon sagen, der wird nicht ausgebrannt sein und der ist auch nicht müde. Der steckt noch voller Taten dran und somit schließt sich auch dieser Kreis und ja, liebe Leute, der Micha und ich, wir telefonieren auch mal öfter, Volker, jetzt halt doch mal die Füße still, Mensch. Also alles gut, Mensch. Ja, ist doch cool, dass wir hier fleißig diskutieren, dass wir alle mitraten und ja, überlegen. Unsere Aufgabe ist an dieser Stelle, Dinge zu diskutieren, die in der MSV-nahen Presse stattfinden. Ob Kohlmann jetzt Lizenzen besitzt oder nicht, unsere Aufgabe ist es, diese Personalie zu diskutieren, wenn sie in der Presse steht, ganz einfach. Und ist ja schön, dass die meisten hier wissen, ob er eine hat oder nicht. Dann könnt ihr uns das ja mitteilen. Wenn ihr so nah dran seid. Wunderbar. Hätten wir das auch. Also, ist wahrscheinlich jetzt aktuell der spannendste Name. Machen wir mal einen Haken dran. Ich glaube ja auch, dass es jetzt mit Sicherheit, konnte man auch gestern von Uwe Schubert nach dem Spiel entnehmen. Es kann sich jetzt wahrscheinlich nur noch um Stunden handeln, bis dann dort ein Nachfolger präsentiert wird, weil machen wir uns auch nichts vor. Gestern hat das Spiel wieder in den Sand gesetzt. Die Zeit läuft gegen uns, verlieren jetzt mittlerweile schon das dritte Spiel hintereinander. und am Montag kommt der erste FCK. Also, die Roten Teufel sind auf dem Weg zu uns. Deswegen ist es mit Sicherheit wichtig, wirklich nochmal irgendwie neue Euphorie zu entfachen. Vielleicht nochmal einen kleinen Ausschwung. Und das kannst du ja dann vielleicht mit einer Personalie tun, die vielleicht hier bei uns noch nicht komplett verbrannt ist. Ja, kommen wir jetzt aber natürlich wie gewohnt mich ja zum Spiel gestern in Zwickau. Wir sehen schon tolles Logo der FSV Zwickau mit so drei Schwänen da drauf. Und jetzt habe ich es in den letzten... Mit Paint gemalt, das Ding. Mit Paint? Oder mit Canva? Das sieht so aus. Sieht so aus, als wäre das Logo mit Paint gemalt worden. Was sagst du eigentlich zu unseren Bildern jetzt mittlerweile? Super, ne? Sag mal ja. Ja, da jetzt gerade... Die Bilder von uns beiden? Nee, die... Ja, von uns beiden, die sind sowieso immer super, aber hier im Spiel. Also im Stream. Das sieht super aus. Das Einzige, was man immer noch nicht ganz so schön lesen kann, ist der Chat auf dem blauen Hintergrund. Aber wir lesen ihn live bei YouTube mit. Ihr habt doch immer was zum Mob an. Nee, worauf ich hinaus wollte, schönen lieben Dank an den Nico Herberts, der für den MSV Duisburg unterwegs ist. Der lässt mir jetzt immer am Spieltag auch noch so zwei, drei Bildchen über, denn ich glaube, der macht gefühlt eine Million Fotos jeden Spieltag für den MSV. Und da sind ja immer noch so zwei, drei ganz tolle dabei, die wir hier jetzt... Muss man aber auch mal sagen, dass der richtig gute Fotos macht. Also der macht bessere Fotos, als die Jungen spielen. Das kann man schon mal festhalten. Genau. Und wir hatten auf jeden Fall vor dem Spiel wieder gefragt, Sieg oder Gino? Und Micha, was zum ersten Mal? Ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern, aber nur 42 Prozent, also die Minderheit in dem Fall, auf einen Sieg für den MSV. Ich habe mir dieses Mal, also tatsächlich ist das dieses Resignierende, was ich gerade angesprochen habe, man glaubt einfach nicht mehr dran. Und ich habe zum ersten Mal nicht mit abgestimmt, weil ich mir total sicher war, dass es 0 wird. Also ich war mit dem Unentschieden total sicher. Genau, du hast es ja auf jedem Social Media Kanal in ganz Deutschland reingeschrieben, safe eine Nummer von 0-0, safe. Ja, safe, weil ich wusste, dass Schubert defensiv stehen wird und mit hohen Bällen agieren wird und ich wusste, dass Zwickau selber sehr, sehr sicher steht. Ich glaube, es hat drei Spielen kein Gegentor kassiert vorher. Und dementsprechend war es für mich ein klassisches 0-0-Spiel, so erstmal hinten sicher stehen, aber vorne passiert nicht viel. Das dann, gehen wir schon ins Spiel? Ja, zu 50 Prozent hast du ja recht, defensiv standen war, aber nicht sicher. Ja, gehen wir schon ins Spiel? Hau rein. Dann würde ich den Satz nämlich vervollständigen. Kann ja keiner ahnen, dass ein Befreiungsschlag von Bacalords irgendwie durch ein gutes Abschirmen von Torhahn dann irgendwie zu einem 1-0 führt und dementsprechend die Taktiken über den Haufen geworfen werden relativ früh. Also kann ja keiner mit rechnen. Also im Prinzip ist das Ding ein 0-0-Spiel. Also bis zum, sorry, aber bis zum Tor durch Ademi mit Ademi musst du immer rechnen. Diese Saison wäre es recht. Der ist auch ganz oben dabei in der Torschützenliste. Du, aber guck dir mal an, wie er es 2-1 macht. Kannst du dem Torwart natürlich ankreiden. Ja, aber bleiben wir mal bei dem 0-1. Also wir sehen es gerade hier gestern, wie gesagt, um 14 Uhr das Spiel in Zwickau. Und zwar auch das 0-1 von Arjani. Da kommt der Ball und ja, wie beschreibt man es? Also Ademi mit dem Gegenspieler an der Seite beziehungsweise im Rücken dreht sich herum und er kann gar nicht richtig gehalten werden. Auch man hatte so das Gefühl, vielleicht in letzter Konsequenz möchte der Abwehrspieler da nochmal ein bisschen halten, ein bisschen zerren. Aber der kommt gar nicht hinterher und er dreht sich um die eigene Achse. Und was er dann natürlich macht mit Ball, nimmt nochmal die 5-Meter-Fahrt auf und dass er den dann mit links noch rüberspielt in die Mitte. Das hätten ihm, glaube ich, die wenigsten zugetraut. Und das war für mich, also ist ja gleichbedeutend wie mit einem Torf eigentlich schon. Genau. Also die stärkste Aktion fand ich persönlich das Abschütteln des klammernden Gegenspielers. Was er hier macht, ist, er verlagert seinen Körperschwerpunkt nach vorne und nach unten. Und dementsprechend kann kein Halten von hinten zu irgendeinem Gleichgewichtsverlust führen bei ihm. Das heißt, das Einzige, was dann übrig bleibt, ist hinzufallen für den, den von hinten klammert. Oder du hängst dich dran und rutschst an der Hüfte ein Stück noch mit. Also es war richtig gut gemacht. Ja, also dieses Abschirmen des Balles mit, ich sag mal, 45 Prozent, 45 Grad vorgeneigtem Körper. Extrem gut gemacht. Dann das Auge. Er spielt, ich glaube, 10 Zentimeter hinter der Hacke des Verteidigers, am Rücken des Verteidigers vorbei, in den Lauf von Adjani. Und Adjani, nachdem er einmal mit links versucht hat, das Tor zu treffen und knapp gescheitert ist, war doch links, oder? Ich weiß es nicht. Auch wenn wir mit rechts hat es jetzt geklappt. Wer ist eigentlich Buhadus? Müsste man sich jetzt mal fragen. Du bist ziemlich ironisch heute, ne? Ja, mein Gott. Also ich meine, wir waren ja selber diejenigen, gerade in der letzten Saison, die gesagt haben, boah, Ademi, der kommt hier richtig nicht in den Tritt. Aber wenn ich das jetzt nehme und auch gleich natürlich noch sein Tor, das waren ja jetzt schon zwei ganz tolle Aktionen, da muss man ja auch immer dann sagen. Wir sagen ja sowieso, oder wir stehen ja dafür, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt, dann machen wir das. Und wenn es jetzt aber was Gutes betrifft, dann sage ich das natürlich auch sehr, sehr gerne sogar. Und das hat er in dem Fall sehr, sehr toll gemacht. Und auch Adjani, bei dem hat man ja auch immer Schiss, wenn er aus drei, vier Metern schießen muss, weil wir haben ja die eine Aktion noch im Kopf, glaube ich, gegen Braunschweig war es ja, im Heimspiel, wo ich fast von der Tribüne gefallen wäre, wo ich gesehen habe, dass er aus zwei Metern daneben schießt. Aber das in dem Fall, ich glaube, können wir jetzt schon fast so festhalten, ja, in der ersten Halbzeit die einzige und beste Aktion von MSV. Und was hast du für eine Position gespielt, Stefan? Habe ich schon mal gefragt, ne? Ja, eigentlich war ich bis zu meinem 25, 26. Leben ja immer so zentral. Offensiv eher oder nicht? Ne, zentral, ja, eigentlich der klassische 8er, 10er so. Okay, denn ich bin auch eher ein offensiv denkender Spieler und ich weiß aus eigener Erfahrung und deswegen habe ich dich gerade gefragt, was du gespielt hast. Wenn du zwei, drei Aktionen hast im Spiel oder auch nacheinander in der Saison von Spiel zu Spiel, die funktionieren, dann gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Zweikämpfe und in die Torabschlüsse. Und das ist das, was bei Ademi gerade funktioniert. Er hat dieses Vertrauen, dieses Zutrauen zu sich selbst. Er weiß, wenn er auf den Torwart zuläuft, wusste er letztes Jahr, ich treffe sowieso nicht. Und dieses Jahr weiß er, ja, ich treffe halt, ne? Definitiv. Und, ja, also der MSV mit 1-0 in Führung und, boah, wenn wir nachher so ein Fazit über das Spiel ziehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, also, wir sind ja auch eine selten dämliche Truppe manchmal, ne? Also, dann führst du 1-0 bei so einem bescheidenen Spiel, sag ich jetzt mal. Also, du konntest dir jetzt auch nicht wieder richtig geil angucken, aber du führst zumindest in der schwierigen Situation. Du hast gerade angesprochen, jo, defensiv erst mal die Devise hinten zu stehen und dann, weiß nicht, da kommt so eine unglückliche Rolf-Feltscher-Verlängerung in den 16er so ungefähr. Ja. Und wie Oliver Steuerer dann da so reingeht, ne? Also, Steuerer, man of the match. Boah, jetzt mal ganz ehrlich, also, da kann noch gar nichts passieren. Was will Ronny König mit dem Rücken zum Tor am 16er? Was will der da machen? Da kommen wir gleich noch mal auch beim 3-2 zu. Also, sehr dumm angestellt, also erst darf der Ball nicht verlängert werden. Der Ball ist eine Standardsituation, der ist ewig in der Luft, der darf überhaupt nicht verlängert werden. Und wie Steuerer sich dann im Zweikampf anstellt, ist, also wirklich, ich glaube, er hat beide Hände über dem Kopf und über der Schulter des Stürmers und dementsprechend, ja, dumm, dumm, einfach dumm verteidigt. Und du sagst es, gerade richtig, du musst da gar nicht so verteidigen, ja, erinnere mich mal, Stichwort, du musst so nicht beim 3-2 nachher. Also, 1-1, der Ball darf nicht verlängert werden, wir sind viel zu weit weg von den Leuten, übrigens auch so ein Thema für das gesamte Spiel, ne, wenn du dir die zweite Halbzeit anguckst, das 2-2, überall, also wir sind sowas von viel zu weit weg von den Leuten, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ja, und dann eben, wie gesagt, der Fehler von Störer 1-1, zack. Ja, also auch dort, ja, Elfmeter in dem Fall verwandelt durch Jonathan, glaube ich, heißt er, Gomez, ins rechte Untereck und auch dort relativ wenig bis gar keine Möglichkeit für Leo Weinkopf. War sogar nah dran, ne? Ja, war sogar relativ nah dran und dann, ja, das 1-1, also für die Halbzeit in der Halbzeitpause sind wir da mit also reingegangen und, ja, der MSV, so wie man ihn gar nicht kennt, aber dann, nach der Halbzeit sofort hellwach, 1-2 Orhan Ademi und wir haben es gerade schon angesprochen, ne? Für mich ganz entscheidend, man spielt nach einem vermeintlichen Foul an einen Zwickauer Spieler sofort weiter, Brettschneider mit dem Antritt in der eigenen Hälfte mal wirklich mit Pace als Linksverteidiger und du überläufst mal wirklich so zwei Leute aus Zwickau und gehst mal wirklich rein, spielst einen Flachball vorne in die Schnittstelle und dann befindet sich Moritz Doppelkamp auf der Position, wo wir ihn natürlich auch schon mal öfter mal gefordert haben oder gesehen haben, im Zentralen, im Mittelfeld, im Zentralen, er fordert dort den Ball, weil sind wir uns ja einig, er ist ja eigentlich so der Spieler, der diese Bälle spielen kann und wo wir auch am ehesten sagen, ja, das ist der Einzige, den wir da so haben, ja, er nimmt ihn an, er fackelt nicht lange, er sieht, denn er wird auch in dem Fall mit einer Gretche fast schon attackiert, sieht den in Position gelaufenen Ademi und wie er es dann macht, zwischen den Verteidigern sich durchzuschlängeln dann quasi und dann auch links mit abzuschließen, ja, also mit dem Schwächeren und dann noch das Ding so in die Ecke reinzunageln, Astrein. Ja, dieses Tor ist eigentlich mal wieder Wasser auf meine Mühlen, was das Aufbauspiel betrifft. Ich rede immer wieder über Aufbauspiel und du kannst ja zu diesem Spiel wirklich alles sagen, aber nicht, dass wir von hinten ein Spiel aufgebaut haben, ne, also da kam jeder Ball lang. So, und dann haben wir eine Situation, wo wir einen Ball gewinnen, vermeintliches Foulspiel, hast du gerade gesagt, gebe ich dir recht, und dann ein Zwickauer Blatt liegen und der andere reklamiert und dann hat Brettschneider quasi die erste, wenn man so will, wenn wir im Ballbesitz gewesen wären vorher, die erste Pressinglinie überspielt. So, ohne irgendwas dafür zu tun und dann hat er den Steckpass auf die Zehen gespielt, den wir nie spielen, den wir sonst überhaupt nicht spielen, sonst kommen immer nur lange Bälle, weil wir eben immer die einzige Möglichkeit, das Pressing des Gegners zu umspielen, ist bei uns immer entweder der lange Ball oder der Ball nach außen, auf den Außenverteidiger um ihn dann zum Torwart zurückzuspielen, der dann den langen Ball schlägt. So, das sind bei uns eigentlich immer so die Aufbausituationen und hier hatte Brettschneider plötzlich eine Situation, die er selten hat, der hat einfach mal die Möglichkeit, ey, warte mal, die Stürmer sind aus dem Spiel, dann nehme ich mal den Ball und ach, da ist Stoppel, alles klar, ich nehme ihm Stoppel mal den Ball und Stoppel dreht sich um, hat das Auge, spielt die Gasse, zack, Tor. So, das sind Dinge, die kannst du im Spiel ungefähr fünf bis zehn Mal haben, wenn du mal ordentlich aufbaust. Ich musste gerade so lachen, weil ich nebenbei mir die Tore hier gerade nochmal anschaue, da hatte ich gesehen, wie Gembalis in dem Zweikampf mit Ronny König war. Ist der nicht mittlerweile schon 50? König? Ronny König, ey, Wahnsinn, was für ein Typ. In jedem Fall könnte er Gembalis Vater sein. Aber geiler Typ, egal. Auf jeden Fall dann ein, zwei für uns und in der Folge dann halt noch wirklich einige gute Chancen für Zwickau, muss man wirklich fairerweise dazu sagen, da war ein Pfostenschuss dabei, da war die Aktion vom Baumann dabei, der aus drei Metern knapp zu früh oder zu spät kommt, je nachdem, wie man will. Ja, und dann trotzdem aber, ich weiß nicht, wie es dir in solchen Spielen geht oder wie es dir mit solchen Situationen genau, worauf du hinaus willst. Ja, genau. Du führst auswärts 2-1, ja, du hast ein bisschen so, ja, mit Glück das überstanden, so die eine oder andere Situation, aber du guckst auf die Uhr, die Zeit wird irgendwie nicht weniger, du kennst den MSV mit der Historie, ich meine, das wird jeder über seinen Verein sagen, aber du hättest doch die Uhr danach stellen können, dass auf jeden Fall mindestens, also ich wollte jetzt kein Hellseher sein und sagen, bei den paar Minuten, da kriegen wir noch zwei, aber ein Tor, das war ja sowas von klar, da brauchte ich fast gar nicht hingucken, ich wusste, da passiert noch was und da fällt ein Tor und wenn ich mir jetzt gerade nochmal anschaue, da sind wir einfach, wenn du sagst vorhin, Schubert wollte defensiv und er wollte eine Grundordnung hinten drin haben, also auch dort in der Aktion, da sind wir einmal zu spät, da sind wir zweimal zu spät und was der Steuerer in der Mitte macht, ihr müsst euch das mal angucken, ihr müsst euch das bitte nochmal angucken, er sieht quasi, ich hab's mir gerade wirklich an der Position nochmal angehalten, er sieht quasi, wie Baumann von hinten vom Brettschneider kommt und er sieht ihn rechts neben ihm und er läuft aber nicht mit und das ist ja erst die zweite Situation, pass auf, den Raum, den Raum, den er abdecken möchte, verstehe ich überhaupt nicht, da ist weit und breit keine Sau, auf Deutsch gesagt und er bleibt einfach stehen und dann wird der Ball einfach quer durch den Fünfer gelegt und Baumann, was soll ich sagen, aus vier Metern oder wenn, schiebt das Ding trocken ein, also eine Verkettung von mehreren Fehlern, gerade so ein paar Minuten vor Schluss, wieder jeden Schritt zu spät zu kommen, nicht die Zweikämpfe anzunehmen, nicht zu blocken, nicht nachzugehen, du siehst eigentlich quasi deinen Mitspieler schon vor der Kiste rumlaufen und du gehst nicht hinterher, das ist für mich komplett unbegreiflich, kann ich überhaupt nicht erklären. Pass auf, ja, ich auch nicht und die Krönung dieser Geschichte ist folgende, es kommt ein hoher Ball, erst geht er nicht zum Kopfball, sondern zieht zurück, um weiter tief zu stehen. Ja. Steuerer hat den ersten Zweikampf annehmen können. So, die Entscheidung, wegzubleiben, um tief zu stehen, kann ich sogar nachvollziehen. So, aber wenn er dann in der Tiefe noch jemanden weglaufen lässt, dann hätte er lieber zum Kopfball gehen sollen und den ersten Ball verhindern sollen. Du siehst ganz klar im Video, dass er ihn sieht. Ja, genau. Also es war ein doppelter Steuerer. Ein Katastrophending. Erst der Kopfball, dann geht der Ball nach außen und dann verliert er den nächsten, diesmal in der Tiefe. Also, sorry, Steuerer heute für mich an mindestens zwei Toren mit in der Verlosung. Da müssen wir mal wieder in der Abwehr rotieren, glaube ich. Schmidt rein und Volkmar. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber abgesehen davon, dass Steuerer hier einen dicken Bock schießt, du hast, ich glaube, es war auch, das 2 zu 2. Ja, es war das 2 zu 2, wo du siehst, der Ball kommt erst über die linke Seite von Zwickau, wird zurück, wird kurz angespielt, er läuft mit dem Ball ein Stück zurück Richtung Mittellinie und schlägt dann den langen Ball Richtung Sechzehner. Wir sind nie dran. Wir sind in keinem Moment, wo Zwickau den Ball besitzt, nah dran. Wir sind in jedem Zweikampf, wenn wir denn einen führen, mindestens einen Meter weg. Leute, schaut euch dieses 2 zu 2 nicht nur in der Mitte an, das, was Stefan gerade sagte, sondern schaut euch die Entstehung an. Wir sind überall einen Meter weg von den Leuten. Genau. Und dann... Wir spielen ja einen relativ passiven Stil, ja. Weder stehen wir ganz tief und werfen uns in jeden Ball, noch laufen wir hoch an. Wir spielen so eine passive 4-4-2-Verteidigung, ja, die so ein Alibi anlaufen bedeutet. Und diese Passivität, ich glaube, die legt jeder Spieler nicht nur dann in dieser taktischen, in diesem taktischen Verhalten an den Tag, sondern eben auch in der eigenen Energie. Du hast das Gefühl, dass wir total lethargisch über den Platz laufen. Das ist eine Katastrophe. Niklas schreibt hier gerade, haben sechs Innenverteidiger, aber alle sind scheiße. 2-2 in dem Fall, aber das Spiel sollte noch ein bisschen was hergeben. Jetzt werde ich dich wahrscheinlich heute zum zweiten Mal so ein bisschen necken und ärgern, denn du bist ja der Fanclub-Vorsitzende von Marvin Backer-Lords und sorry, aber was einen erfahrenen Spieler in dem Alter mit der Wertigkeit und Wichtigkeit innerhalb dieser Mannschaft geritten haben muss, um sich dann für so eine Aktion dann herzugeben, das was soll man dazu sagen? Es passt einfach zu der Gesamtsituation MSV Duisburg mit dem, was drumherum passiert. Ich denke mal, das wird ja auch jeden Spieler jetzt nicht unbedingt kalt lassen. Das kriegst du ja mit. Du steckst ja ja drin und denkst dir, wo bin ich jetzt hier gelandet? Was ist das hier für eine Kacke? Vielleicht gegebenenfalls. So, kommt der eine Trainer, kommt der nächste, kommt dies, kommt das. Du findest nicht in die Spur. Du hattest mit einem springenden Saisonstart zu kämpfen. Du bist selber nicht fit gewesen. Du warst selber verletzt. Dich regt das auf, dass du hier in Zwickau spielst, irgendwo am Arsch der Heide. Du führst 2-1 kurz vor Schluss, kriegst das Tor rein. Dann wird wahrscheinlich das ein oder andere Wörtchen noch gefallen sein, so wie in der Kreisliga, so wie wir das auch kennen. Trotzdem machen wir einen Strich drunter. Darf einfach nicht passieren. Ja, vorangegangen war eine Situation, wo Bacca Lortz mit einem gestreckten Bein in den Zweikampf geht. Max Jansen war es, ne? Und Max Jansen fällt und Bacca Lortz sich darüber aufregt, er habe ihn gar nicht getroffen. So, wenn er ihn da in dieser wilden Aktion schon trifft, dann kann er da schon fürs Foul eine rote Karte kriegen, weil es wirklich mutig war, so da reinzugehen und sich dann da hinzustellen und Jansen anzurempeln. Ich widerspreche hier übrigens dem Kommentator. Es war kein Kopfstoß, ne? Es war ein Rempel mit der Brust in meinen Augen. So, und natürlich kann man hier die rote Karte geben und natürlich ist es dumm von Bacca Lortz, das so zu machen. Definitiv. Ne, also, mich, ja, klar, vielleicht wird es dann auch nachher beim Schiedsgericht dann einen Unterschied machen, ob es jetzt die Brust oder der Schulter oder der Kopf hat. Also ein Kopfstoß war es in meinen Augen nicht, sorry, vollgebt mich. Nein, aber trotzdem sehe ich jetzt, ich sehe jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht die Schuld bei anderen. Die Schuld liegt bei ihm, ganz klar. Ja, dann soll sich in dieser Situation, soll er sich nicht mit Max Jansen auseinandersetzen, sondern soll die Defensivarbeit stärken. Genau, da spielst du nicht Ende, da kannst du... und vor allem, das Geilste an der Situation, habt ihr euch das mal angeguckt, wir haben eigentlich, eigentlich eine hundertprozentige gegen uns, die der Schiedsrichter plötzlich abpfeift, ne? Also, der braucht nur noch einmal querlegen und da steht er frei vor dem Weinkauf und dann pfeift er zurück, anstatt es laufen zu lassen und dem Bacca Lortz hinterher die rote zu geben. Ist dir das mal aufgefallen? Also Zwickau steht sehr, sehr, sehr gut, ich glaube drei gegen zwei und es wird ein Pass so in den Strafraum gesteckt auf Elfmeterhöhe, so halb rechts und dann pfeift er plötzlich ab und gibt ihm die rote, anstatt, also sorry, wenn ich Schiedsrichter wäre, ich hätte laufen lassen, dann wäre 3-2 für Zwickau gewesen und dann hätte ich den Bacca Lortz dann die rote gegeben. Tja, also der MSV dann in den letzten Minuten noch mit zehn Mann und wie sollte es dann auch anders sein, der MSV kassiert dann in der 90 plus zwei noch das 2 zu 3 aus unserer Sicht und ja, wie kann man es da beschreiben? Flanke kommt rein, Weinkopf am 5 Meter Raum wird natürlich von mehreren Leuten, jetzt müsste man gucken, ich bin jetzt hier selber kein Torwart, ich weiß nicht, muss er da rauskommen? Nein. Muss er nicht? Das ist schon mal nämlich der erste Punkt, muss er nämlich nicht und dann wie er auch so rausgeht, also das erinnerte mich auch eher so ein bisschen an Kreisliga-Torwart. Er muss ja antizipieren, da stehen drei oder vier Leute, glaube ich, die den Ball erwarten. Ich weiß nicht, ob es zwei Zwickauer und zwei Duisburger waren, was auch immer, auf jeden Fall war es ein Pulk. Er ist ja nicht frei zum Ball, konnte ja nicht frei zum Ball kommen. So und wenn er da ein bisschen mal guckt, was da passiert, also sorry, da kann in dieser Situation, kann durch dieses Ballungszentrum, nenne ich es mal, kann da gar kein torgefährlicher Kopfball entstehen, zumal das auch elf Meter vorm Tor war. Also da bleibe ich auf der Linie, Punkt eins und Punkt zwei, klassische Regel, gehst du als Torwart raus, musst du ihn haben. So, dass er ihn dann mit der Hand noch erwischt hinterher und ihn dann blöderweise in die Mitte schlägt, setzt man dann die Krone auf. Aber passt ja komplett in die Situation, weil du kannst dich erinnern, wir haben ja eigentlich über Weinkauf bislang in dieser Saison relativ wenig gesprochen, wenn dann eigentlich eher immer nur positiv, zumindest in den ersten Wochen. Die Tendenz auch bei ihm lässt so ein bisschen nach, habe ich so das Gefühl, aber das geht natürlich auch an dem nicht spurlos vorbei. Und für mich passt das einfach komplett ins Bild. Du bekommst in der ersten Halbzeit gegen Ende das Tor mit einem unnötigen Elfmeter. Du bekommst dann in der 87. das Tor. Verteidigst dort nicht richtig auf der Höhe. Du bekommst dann nachher eine rote Karte, die vermeidbar war. Und dann kriegst du dir und fängst du dir so ein Tor. Also besser könntest du ja gar kein Drehbuch schreiben für die dümmsten Spiele der Saison. Also im Prinzip ist Leo Weinkauf so das Spiegelbild des MSV. Letzte Saison mit Abstand irgendwie derjenige, der uns dann noch den Arsch gerettet hat. Und dieses Jahr macht er mal so den einen oder anderen. Jetzt hat er zwei Spiele in Folge. Einmal der Freistoß von 40 Metern und jetzt einmal der Patzer zum 3-2. Hat er uns zweimal in Folge. Vielleicht, natürlich sind vorher auch Fehler von anderen passiert, keine Frage, vielleicht die Punkte gekostet, die zwei, die wir dann gehabt hätten, das Unentschieden. aber trotzdem, also sag mir mal, in einer absolut nicht funktionierenden Mannschaft einen Spieler, der 100% Topform hat, das bedingt sich meistens. Leo Weinkauf, und das ist jetzt meine These, ist ein sehr guter Torwart, der im Moment nicht gut spielt. Definitiv. So sehen es auch die Leute da draußen. Also ich finde das natürlich klasse, dass ihr hier so eifrig mitmacht. Ich möchte aber hier keinem seine eigene Meinung abstreiten. Wenn der eine meint hier, ich glaube, wir haben alle dasselbe Interesse und es muss natürlich kontrovers hier zur Sache gehen, das ist auch super, aber ich glaube, Leute, wir sind alle sehr, sehr bedient, jetzt gerade nach so einer Niederlage und den einen oder anderen sich rauszupicken. Wir haben es ja gerade analysiert. Bei den ein, zwei Toren hatte Steuerer wieder seine Aktien drin, dann war Gembalis, jetzt Weinkauf, Bakalorz, könntest du ja schon fast wieder jeden nehmen. Ich weiß gar nicht, er hat Stoppelkamp mitgespielt, Video hat er doch, genau. Also könntest du ja fast jeden nehmen und das Insgesamte passt halt vorne bis hinten gar nicht. Und Michael, jetzt könnte ich wieder meinen altbekannten Satz auspacken, habe ich euch vor acht Wochen schon gesagt, lasse ich aber an dieser Stelle. Also der MSV verliert. Also du hast gerade gesagt, schön, dass die Leute hier so fleißig mitmachen. Lasst euren Frust hier schön im Chat ab, dann seid ihr ihn los, aber seid bitte nett zueinander. Wir sind alle eine MSV-Familie, unterschiedliche Meinungen, aber bleibt sachlich. Das ist true. Also der MSV verliert also drei zu zwei in Zwickau und dann gab es natürlich nachher noch die obligatorische Pressekonferenz, gab das eine oder andere Interview. Ich muss ehrlich sein, ich habe mir davon jetzt relativ wenig bis gar nichts angehört, denn auch ich war bedient und dachte mir, jo, das an dem schönen Samstag und auch noch der Sonntag sollte ja folgen. Von daher, was will man dazu sagen? Ich glaube, ich habe noch in Erinnerung, kannst mich gerne korrigieren, ich glaube, es war der erste Heimsieg für den FSV Zwickau in dieser Saison. Tut dann natürlich doppelt weh. Aufbau geht nach MSV, ne? So sieht es. Und dann kommt eine sehr formschwache, du siehst mich lachen, lautere Mannschaft. Genau. Wir gehen mal in die Tabelle rein. Zack, da haben wir sie. Der 1. FC Magdeburg grüßt von oben und Borussia Dortmund als Zweitvertretung auf Platz 2 gefolgt beziehungsweise punktgleich. Wow, was eine Tabelle. Vom 1. FC Saarbrücken, Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück und jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne? Der MSV auf Platz 17 mit immer noch 12 Punkten. Ich sage mal so, hätte sie gewonnen, hätte sie mit 15 so einer bescheidenen Saison nur 5 Punkte weniger als der dritte. Daran siehst du schon wieder, das, was du ja auch in deinen Thesen, also sorry, bitte nicht draußen Falscher stehen, ich habe mich schon lange mit solchen Tabellengefilden abgefunden. Ich will nur mal sagen, du hast ja irgendwie jede Woche, jede Woche immer noch die Chance wieder aufzuschließen, wieder irgendwo ranzukommen. Also auch mit einem neuen Trainer Kohlmann, wo wir das Thema ja vorhin hatten, ist ja jetzt die komplette Saison noch nicht gegessen, denn du hast immer noch 26 Spiele, um zumindest irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz, was ja jetzt irgendwie mal gehandelt wurde als mögliches Ziel, immer noch zu erreichen. Das heißt, für mich ist jetzt einfach entscheidend. Jetzt darf kein Trainer kommen, wo alle sagen, bäh, und wo die Spieler wissen, bäh, sondern jetzt muss mal nochmal einmal zusammengestanden werden, jetzt muss feuerentfacht werden und das gilt aber als Appell an die Führungsetage, denn du hast gerade gesagt, die letzte Patrone, die ist schon verschossen im Grunde genommen, aber ich meine, wir reden hier über den MSV Duisburg, und wir reden hier nicht über den TSV Havelse auf Platz 20, wir reden auch nicht über Viktoria Köln auf Platz 18 oder Freiburg 2 auf 16 und 15 SCV, sondern wir reden über unseren MSV. Kannst du nochmal hochscrollen für unsere Zuschauer einmal in der Tabelle? Schaut euch mal Platz 2 an, meine lieben Freunde, nicht die Mannschaft, sondern die Punkte. Nicht 36 Punkte, sondern 20 Punkte hat der Tabellenzweite. Ja, das heißt, der Tabellenzweite in dieser Liga hat 16 Punkte liegen lassen nach 12 Spielen. Ich rede nicht von unserem MSV, ich rede allgemein von der Liga. Wer in dieser Liga nicht das tut, was Magdeburg tut, der ist selber schuld, sorry. Also, du hast von Platz 2 bis Platz 10 zwei Punkte. Ja, wir reden hier nicht von unserem MSV, der MSV ist selbst schuld, weil er wirklich schlechte Spiele macht und selbst verantwortlich ist für das, was da unterm Strich steht. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir sind genau unterm Strich. Aber, sorry, dieses Jahr wäre für jeden Verein die Gelegenheit, da mal oben reinzustoßen. Kaiserslautern war vor ein paar Spielen noch unter uns, jetzt sind sie zwei Punkte vom Aufstieg weg. Also, wer in dieser Liga unten drin hängt und nicht oben beziehungsweise nicht Anschluss zum oberen Drittel hat, der macht sehr, sehr viel falsch, denn wir sind von Platz 2 bis Platz, fahr bitte noch mal einmal kurz runter, Platz 2 hat 20 Punkte und dann sind wir weiter unten 13 Punkte, ja, also wir sind innerhalb von sieben Punkten zwischen Platz 16 und Platz 2, ja, das ist fast die ganze Liga innerhalb von sieben Punkten. Und der MSV hat es wieder geschafft, die zweitschlechteste Deckensiebe, sehen wir gerade, haben wir sie 23 Gegentreffer und der MSV 21 und haben wir sie mit sieben Punkten und der MSV 12, ich weiß noch, an dem ersten Spieltag oder am zweiten Jahr ich habe mich echt gefragt, wie die überhaupt ein paar Punkte kriegen wollen und jetzt haben die schon fast genauso viele wie wir, Wahnsinn. Ja, guck dir Braunschweig an, ja, Braunschweig steht oben, ja, Platz 4 glaube ich, die haben wir weggespielt. Ja, ja. Nein, ich will damit nicht sagen, dass wir Chancen haben und versteht mich bitte nicht falsch, ich rede hier tatsächlich überhaupt gar nicht mehr von oben, ja, gar nicht mehr, denn dazu muss man erstmal Fußball spielen und das tun wir überhaupt nicht. Ich rede nur davon, dass man in dieser Liga eigentlich, ganz ehrlich, ich habe letzte Woche, liebe Grüße übrigens hier in die Runde, ich habe mit Mike Mittwoch ein bisschen gesprochen, den habe ich getroffen, im Niederrhein-Pokal und habe zu ihm gesagt, du kommst nur aus der dritten Liga raus, wenn du nicht Drittliga-Fußball spielst. Wenn du Drittliga-Fußball spielst, so wie wir es im Moment machen, ja, verteidigen und lange Bälle, dann kommst du nie aus der Liga raus. Du kommst aus der Liga nur raus, wenn du Fußball spielst. Definitiv. Und guck dir mal an, wer oben spielt. Oben stehen Magdeburg und Dortmund und wer, haben wir von Anfang an gesagt, wird hier Fußball spielen? Dortmund. Magdeburg. Magdeburg sowieso, die habe ich ja als eins getippt, aber dass Dortmund Fußball spielen kann, habe ich spätestens beim Schauensland-Cups gesehen, aber dass sie auch schon 15 Gegentore haben, spricht auch dafür, also plus 5 Tordifferenz, also spricht auch dafür, dass sie selten zu 0 spielen, das hatte ich auch vorher gesagt. Da habt ihr natürlich vollkommen recht und jetzt geht es am kommenden Montag, wir haben gerade schon darüber gesprochen, zu Hause gegen den ersten FC Karlslautern, der mittlerweile echt Fahrtwind aufgenommen hat, wir sehen es jetzt hier gerade auf Platz 7 rangiert, mit einem Torverhältnis, auch vielleicht gar nicht uninteressant, von 17 zu 8, Micha, 8 Gegentore nur, in 12 Spielen, spricht ja für eine gefestigte Defensive, gepaart mit, ja, uns reicht ja auch mal ein 1-0 oder ein 2-1, also wir müssen jetzt nicht unbedingt ein Torfestival dort vorne veranstalten, aber es ist schon beachtlich, wie man jetzt zumindest nach einem auch schwächeren Saisonstart dort vielleicht ein bisschen anderes Konzept, denn an Werpen, ich weiß jetzt nicht, wie der in die Schusslinie geraten ist, kam ja zum ähnlichen Zeitpunkt letztes Jahr zum 1. FCK, hat dann auch den Abstieg vermeiden können, jetzt allerdings auch mit einem schwierigen Start in die Saison gegangen, trotzdem jetzt absolut auf dem Vorwind und ich glaube, bei denen sieht man es am besten, das werden wir mit Sicherheit auch am Montag beobachten, da wird eine 1. 11 auf dem Platz stehen, die mit breiter Brust aufspielen wird, 100%ig, das wirst du an der Körperhaltung, an der Spannung, wirst du erkennen, die werden hochmotiviert sein, erst recht mit dem Thema, was du gerade angesprochen hast, zwei Punkte auf den zweiten sogar, bist du als Spieler mit Sicherheit doppelt und dreifach motiviert, erst recht, wenn man bedenkt, der FCK, der wird, glaube ich, auch ein paar Zuschauer so mitbringen, auch wenn es Montagabend ist, die sind dafür bekannt, dass die immer ganz gut Leute mitbringen werden. Ja, glaube ich auch. Eine Sache, also natürlich macht mir nicht mehr viel Hoffnung gerade für das kommende Spiel, eine Sache jedoch schon, du darfst nie vergessen, wie einige Spieler sich nochmal neu bewerben, wenn ein neuer Trainer kommt, das ist immer wieder, das erste Spiel ist immer wieder ein Bewerbungsspiel, ja, für Stammplätze. Auf Backerlords bin ich gespannt, wie der sich bewirrt. Naja, aber jetzt kommt mir wieder nicht mit Söldnern oder sonst was, Profisportler sind auch Sportler und Sportler wollen spielen, ja, und dementsprechend werden sich bei einem neuen Trainer alle darum bewerben, in der ersten Elf zu stehen und das wird im Training schon passieren und das wird auch beim ersten Spiel gegen Kaiser Lautern so sein, was nicht bedeutet, dass wir Lautern an die Wand spielen, aber das bedeutet, dass die ja, die Einstellung zumindest schon mal allein durch den Impulstrainer wechseln eine andere sein könnte, stehst du relativ schnell mit dem 0 zu 2 da, bricht das natürlich alles wieder weg. Hier schreibt der Markus was ganz Interessantes, ne? Lautern hatte einen Knackpunktmoment, das 0-0 gegen Waldhof mit neun Mann, das hat was losgetreten, seitdem läuft es. ist ja auch, kennen wir alle, jeder der Fußball gespielt hat, es muss manchmal vielleicht auch nur so einzelne Momente geben, ja, ich gebe euch recht, jetzt denkt der ein oder andere, was erzählt der, läuft bei MMS seit drei Jahren in die verkehrte Richtung, aber ist trotzdem so, Also auch Lautern hatte mit Sicherheit in den letzten Jahren keine bessere Zeit und ich will die jetzt auch nicht zu hoch reden, weil also das ist jetzt vielleicht auch eine Momentaufnahme, das kann genauso gut auch wieder in die andere Richtung gehen. Trotzdem gibt es ja manchmal so Momente, wo sich einfach nur mal ein bisschen Glück gepaart mit ein bisschen mehr Motivation, mit einem neuen Konzept, mit einem neuen Trainer, keine Ahnung, so einzelne Momente, jetzt stell dir vor, du gewinnst 1-0 gegen Lautern am Montag, jetzt nur mal als Beispiel, haust dich da voll rein, schießt ein Tor in der 85. zum Sieg, weil Lautern jetzt gerade drängt, keine Ahnung was und du nimmst dann dieses positive Erlebnis mit, gepaart mit, sagen wir mal, Kuhmann würde Trainer werden und dann holst du dann danach die Woche, aus Barcelona, Ronald Kuhmann, genau, der ist demnächst übrigens auch wieder frei, deswegen frage ich, ja, den können wir nehmen, genau, nein, aber weißt du, was ich meine, also wirklich, mach doch mal zwei Siege hintereinander, zack und dann sieht die Welt schon wieder anders aus, ist aber wirklich, ich glaube, den einen oder anderen kann ich da draußen gut verstehen, ist genauso wie bei mir, ist im Moment sehr, sehr weit weg, über solche Themen zu reden. Ja, aber ganz ehrlich, als Gruhef gegangen ist, haben wir in Köln gewonnen, das erste Spiel von Thorsten, da war noch nicht viel da, von dem, was Thorsten hinterher dann für die nächste Saison erarbeitet hat, so ein Impuls ist immer irgendwie für was, für eine Überraschung gut, Impulstrainerwechsel. Ich wollte damit nur sagen, ich, also wir sind ja selber Fans, wir sind ja jetzt hier keine Angestellten von Mönchengenstern Duisburg, deswegen kann ich beide Situationen, beide Fanlager verstehen, denn, guck mal, wir müssen ja unterscheiden, wir haben hier junge Leute bei uns im Stream, wir haben erfahrene, ältere Leute, die hier immer jede Woche da sind und jeder hat natürlich seinen eigenen Charakter oder seinen eigenen Ansatz. Der eine hatte ich damals schon thematisiert, du bist junger Kerl, du könntest theoretisch Rotz und Wasser heulen, wenn der MSV so untergeht und so verliert, dann bist du vielleicht etwas erfahren und denkst dir, boah, ach komm, die Lulpen hier, das wird sich eh nie ändern und hier haben wir schon tausendmal mitgemacht und hab irgendwann keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, und dann hast du vielleicht noch die ganz Aggressiven. So, ich will jetzt nicht die Aggressiven unterstützen, aber ich kann schon jeden irgendwie so ein bisschen verstehen, ne, und jeder hat seinen anderen Ansatz. Der eine glaubt noch an einen gewissen Umschwung, wenn das mit einer gewissen Euphorie verbunden ist und der andere sagt, hör mal, das Ding ist komplett begraben, lass doch irgendwann wieder in eine Kreisliga C anfangen gegen Es gibt ja gute Gründe an nichts mehr zu glauben. Es gibt gute Gründe nicht daran zu glauben, dass wir gegen Lautern auch nur den Hauch einer Chance haben und dann verlieren wir das Ding 0-4 und dann hast du wenigstens die Möglichkeit als gefrusteter Fan zu sagen, ich hab's ja gewusst. So, und was uns aber alle eint und auch diejenigen, die hier nicht im Chat es nicht lassen können, wirklich null Funken Hoffnung in die Tasten zu hauen. Was uns alle eint ist, wir alle würden uns freuen, wenn alle Kritiker gegen Lautern falsch schlagen. Wir alle hoffen, dass wir gewinnen. Genau. Und wir sind ja auch alle hoffentlich am Montag dann trotzdem im Stadion. Also, wäre auch eine ganz coole Aktion. Wir sind ja dann, hat der Micha gerade schon gesagt, in der Halbzeitpause im Zebra-TV zu Gast beim Stefan und beim Piet. Wir hoffen mal, dass bis dahin noch die Möglichkeit besteht, dass sie wieder auf den Platz dürfen. Der Stefan sagte, sie dürfen seit Corona ja nicht mehr auf dem Platz, sondern sind in der letzten Loge eben zwischen Süd und West. Wenn in Dortmund wieder 60.000 rein dürfen, dann dürfen wir doch wohl auf dem Rasen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir mit Stefan und Piet dann auf dem Rasen stehen würden. Aber, sollte nicht von MSV-Seiten irgendein anderer Programmpunkt offiziell für die Halbzeitpause geplant sein, dann seht ihr uns im Zebra-TV in der Halbzeit. Ich stelle mir jetzt schon richtig geil vor, wenn man wieder so eine Bühne für Super-Ritchie. Der war schon lang nicht mehr in Duisburg in der Halbzeitpause. Stell dir mal vor, wir beide und Super-Ritchie oder was wäre so ein Song, den wir dann so singen könnten? Ich würde das Duisburg-Lied singen. So ein Tag so wunderschön wie heute. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Willst du jetzt mit mir darüber diskutieren, welches Lied wir singen? Nein, machen wir schon. Hier, hier schreibt schon der Kevin, Mallorca Cowboys, genau. Oder My Heart Will Gone Give My Beer Eine der selten sinnvollen Sachen, die Kevin heute getextet hat. Mallorca Cowboys. Mallorca Cowboys, ja. Ole, Ole, der Miserie. Okay. Ja, egal. Lassen wir das an dieser Stelle. Auf jeden Fall, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, sehr, sehr dankbar, dass Stefan uns da eingeladen hat und freuen uns natürlich sehr drauf. Wir hätten trotzdem... Vielleicht kriegen wir ja weniger Pfiffe als der Miserie. Genau. Wir hätten trotzdem uns natürlich eine andere Situation gehofft für so eine Situation. Ja. Genau. Und was wir jetzt natürlich noch nicht gemacht haben, Micha, wir sind ja ein bisschen gesprungen. Müssen wir aber leider durch und da müssen wir jetzt die Leute natürlich auch mitnehmen. Zebra of the Week. Zack. Wieder so ein geiles Foto vom Nico. Nico, sag ich schon. Nico. Ich mach's wirklich relativ kurz. Du hast ihn ja schon drauf. Beide Kategorien, genau. Extra natürlich. Orhan, Torhan, Ademi nehm ich hier ganz klar. Wen sonst. Also, sorry, aber die Vorlage war top, das Tor war top und ja, das waren natürlich ganz klar die Highlights in dem Spiel, muss man ja so sagen und von daher, glaube ich, kann man keinen anderen nehmen. Bei wem bist du? Ja, absolut bei Ademi. Man hätte jetzt, man hätte jetzt noch sagen können, wenn die Zidane-Aktion nicht gewesen wäre, wäre Bacalords Nummer zwei gewesen, hinter Ademi allerdings dieses Mal und ich bin aber der Meinung, gestern gibt es Ademi und dann ganz lange niemanden. Geil, hier schreibt gerade einer, äh, Aiai, Aiajani, soll das mit Sicherheit heißen? Sushi Leone, Member hier im Chat, Sushi Leone. Cooler Name, oder? Übrigens an alle, die jetzt im Chat da sind, es sind ja teilweise über 80 da, ähm, nochmal der kleine Hinweis, das Like, was ihr im ersten, äh, Stream hinterlassen habt, den wir durch technische Probleme, äh, 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 ja, haben streichen müssen, das Like ist weg, also mal ganz schnell nochmal Daumen hoch. Genau, und am Nachgang immer kommentieren, denn ihr habt es mit Sicherheit gesehen, wir haben bei uns auf dem Kanal, äh, gestern was, schweifen wir mal ganz kurz ab, ja, äh, was Sensationelles geschaffen, denn wir haben ein Video hochgeladen, was 150.000 Mal ungefähr, schon jetzt fast, ich glaube, wir sind bei knapp 200.000 inzwischen. mit Aufrufe erzielt hat, denn unser Kollege, der Marlon, der war gestern in Dortmund, auch wenn es jetzt mit dem M-Sport nichts zu tun hat, und der hat natürlich die sensationelle Geschichte mit Erling Haaland und mit dem, äh, Blitzer, ähm, aufgenommen, hat mir das sofort zukommen lassen, und ich hab's zack, nach zwei Sekunden hochgeknallt, und, ja, da waren wir ganz gut gerankt bei, ähm, bei YouTube, bei Google, und haben dem, demnach hier fast 200.000 Aufrufe, das ist für uns mega, und, Michael, können wir wahrscheinlich sagen, wir wurden sogar kontaktiert, von so, von so, von so einer Seite wie Spox, beispielsweise, die gefragt haben, ob die unser Video nehmen können, und von daher, insgesamt geht's grad bergauf, und Abos werden mehr, Zuschauer heute Abend konstant mehr, also vielen, vielen Dank da draußen an euch alle, da gab's übrigens ganz nette Szenen, die wir sehen gestern in Dortmund. Ja, genau, du warst ja auch da. Haben wir aber noch ein zweites Thema, und zwar die Spielnote. Das ist natürlich jetzt schon wieder so eine Gesache, da möchte ich mal die Fans ein bisschen mit reinnehmen, denn, ähm, ja, erste Halbzeit war für mich schon dürftig, zweite Halbzeit war dann noch dürftiger, aber sollen wir jetzt hier jede Woche null Punkte vergeben? Ja, Kevin, Kevin ist neu bei uns. Kevin ist neu. Kevin, null bis zehn, äh, null ist miserabel, und, äh, zehn wäre, äh, traumhaft gut. Also, damit du weißt, null ist ganz schlecht. Wenn Niklas schreibt, eins, kümmer fünf, Kevin, jo, jetzt hat er verstanden, wenn ich sag, null bis zehn, schreibt er minus fünf, genau. Äh, hast du, ich verstehe schon. Sag nicht wie immer? Nein, ich verstehe schon. Ähm, ja, Micha, ich sag ganz ehrlich, ich gebe mit Wohlwollen, für die beiden erzielten Tore, 0,5 jeweils, dann bin ich noch beinahe zu eins. Hm, halt dich fest. Ich gebe null. Für mich kann ein Fußballspiel, ja, es gab zwei Szenen von Ademi und Stoppelkamp, ja, die, beziehungsweise fast nur Ademi, ein schöner Pass von Stoppelkamp, okay, äh, aber die möchte ich an dieser Stelle mal komplett vergessen, denn, äh, wir haben über, über 90 Minuten fast überhaupt keinen Fußball gespielt und ich kann mir nicht vorstellen, wie es in Sachen Ballbesitzfußball noch schlechter laufen kann. Ich gebe heute eine, äh, Premiere, ich gebe heute null und alles, was noch schlechter, äh, wird demnächst, bleibt bei null, denn ich möchte für diese Art Fußball zu spielen, keine Punkte geben. Vollkommen richtig, alles gut. Bleiben wir aber dann, also nehmen wir meins mit eins und deins bei null, sind wir dann also bei 0,5 für dieses Auswärtsspiel und ich werde einfach mal versuchen, in den nächsten zwei Wochen mal eine Folie fertig zu machen, wo man insgesamt die Punkte sehen kann, wo wir schon verteilt haben, diese Saison und aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen, wenn du jetzt mal so eine Quersumme nehmen würdest? 1,5, 2. Ist aber hartes Brot nach zwölf Spieltagen. Genau. Das ist wirklich komplett hart. Ja, liebe Leute, dann war es das auch schon fast, ähm, vor der Einruhe nach abschaltet, ihr habt es gerade gehört von Micha, bitte nochmal liken, also ihr würdet uns damit wirklich unterstützen und ich glaube, das ist auch im Endeffekt nicht zu viel verlangt, hier einfach nochmal auf den Daumen zu drücken, vielleicht auch in den nächsten... Da könnte auch jemand am Montag im Stadion einfach mal das Handy rausholen und in der Halbzeit die, ähm, Anzeigetafel filmen. Oder uns unten schon, wenn man in der ersten Reihe sitzt, vielleicht hat man so einen guten Zoom dann schon. Genau. Einfach mal ein bisschen was uns zuschicken, ihr könnt das über unsere E-Mails tun, die werden mit Sicherheit irgendwo zu sehen sein. Definitiv. Definitiv. Also, äh, auch wenn ihr generell irgendwie was habt, ne, wir haben ja letztens mal die Leute gesehen, die uns da die Aufkleber haben, zukommen lassen, beziehungsweise die Fotos, wenn wir da halbe Stadion plakatieren. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, mit dem MSV auf Auswärtstouren, könnt ihr uns gerne Bild- und Videomaterial zukommen lassen. Also, das nehmen wir gerne und dann, äh, werden wir es hier auch nach eurer Freigabe nochmal veröffentlichen. Und, Micha, nimm es mir nicht krumm. Das Ganze würden wir heute gleich beschließen, indem wir nochmal einmal kurz die abschließenden Statements, weil sonst wird der eine oder andere sich auch ein bisschen verarscht vorkommen. Bei Instagram hatten wir nämlich auch gefragt, wie seht ihr das Ganze? Ähm, der Timo schreibt, was erlauben Bacalords? Mannschaft spielen wie eine Flasche leer? Zebra, 19.02. Spiel hat mich um 50 Euro ärmer gemacht, weil ich vor lauter Wut meinen Ventilator zerstört habe. Ventilator. Ja, teurer Ventilator. Ja, vor allen Dingen im Oktober. Ähm, der Young Crowley, 6, schreibt, äh, was soll man dazu noch sagen? Es ist halt jede Woche das Gleiche. Und warum sollte man noch wegen einem Tor jubeln, wenn wir alles aus der Hand geben? Duisburger Blut. Äh, ich glaube, das ist der Holger, ne? Äh, das blutet uns, da, da blutet uns allen das Herz. Wer soll noch den Verein retten? Völlig behämmerte Aktion von Bacalords und das bei seiner Erfahrung. Der Carvo, Joel, unfassbar traurig. Ruhrpott Zebra, ich glaube, mit dieser Truppe gewinnst du nicht mal ein Kilo Sand, selbst wenn du in der Sahara lebst. Und der Devin Hengst, jede Woche dasselbe. Es geht nur noch bergab. Danke am Bacalords für den Bärendienst. Acht Niederlagen in zwölf Spielen und schon wieder 21 Gegentore. Man lernt nicht aus Fehlern. Also, ich würde sagen, blicken wir als allerletztes auf das Kick-Tick-Gewinnspiel, denn auch dort hat sich wieder was getan. Ich will wirklich heute keine lange Sendung draus machen, deswegen gehen wir heute mal in die Top Ten. Und das machen wir folgendermaßen. Und zwar befindet sich der Riccardo auf dem zehnten Platz mit 139 Punkten, der Erik 1902 auf Platz 9, der Borsi 1902 auf 8. Und dann haben wir einen geteilten sechsten Platz mit dem Paderborner 420 und dem Kuhn 21, der Chris 1612 auf Platz 5. Zebrahimović untermauert hier seinen Platz auf Platz 4 mit 146 Punkten. War ja auch gerade hier im Chat. Dann haben wir den Prinz Poldi, der hat drei Plätze gut gemacht, ist aktuell auf Platz 3, Schimanski auf 2 und der Walter Frosch, unser Freund hier, wo auch immer er wohnt und lebt und sitzt, ist unangefochten auf Platz 1 wiederzufinden. Und ich würde sagen, da... weil wir ja jetzt schon ganz stark Richtung Winterpause marschieren und da ja die erste Runde geschlossen wird vom Kicktipp-Gewinnspiel. Wie wäre es, Stefan, wenn wir jetzt mal von Woche zu, ich sage mal, alle paar Wochen mal einen Gewinn droppen? Ich würde an dieser Stelle nämlich gerne mal den Platz 3 droppen. Für den dritten Platz gibt es nämlich dieses Mal ein niegelnagelneues Michael Tönnies Buch. Also, ich kann das nur jedem ans Herz legen, dieses Buch Auf der Kippe heißt es. Dieses Buch zu lesen, auch wenn ihr es nicht gewinnt, besorgt euch dieses Buch. Geiler Typ, geile Geschichten, toll, einfach toll. Dieses Buch ist einfach toll und der dritte Platz gewinnt dieses Buch. Das kam mir jetzt schon so ein bisschen vor wie bei Der Preis ist heiß von früher. Möchtest du lieber Tor 1? Nee, das war der Song. Ein niegelnagelneues, haben die, glaube ich, auch immer gesagt. Ein niegelnagelneues Auto. Richtig geil. Es ist noch eingeschweißt, das will ich damit sagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, liebe Leute. Der MSV, der polarisiert nach wie vor in alle Richtungen. Wir hoffen, da ist noch ein bisschen Funken und ein kleines Fünkchen Feuer in euch. Wir sehen uns alle am Montag, wenn ihr Bock und Lust und Laune habt. Und dann würde ich mal sagen, müssen wir hier über unsere sozialen Netzwerke ankündigen, wann wir das nächste Mal auf Sendung sind, weil ich glaube, nächsten Sonntag macht relativ wenig Sinn, es sei denn, das Stadion wird verkauft an irgendwie einen, ja, einen Saudi-Arabische Airline oder irgendwie sowas. Da müssen wir mit Sicherheit was machen, mich ja. Ansonsten habe ich meiner Frau mal versprochen, nächsten Sonntag mal fünfe gerade sein zu lassen, denn wenn schon kein Spiel ist, dann müssen wir es hier auch nicht komplett übertreiben. Ich glaube, wir haben so viele Themen jetzt hier angesprochen, das ist mit Sicherheit auch diesmal so eine Sendung, weil wir das Spiel relativ, ja, okay, haben wir schon gut beleuchtet, aber viele kompakte Themen auch noch behandelt haben. Das kann man sich mit Sicherheit dann auch nochmal Mittwoch oder Donnerstag auf die Ohren geben. Haltet dem MSV nach wie vor die Treue. Geht alle am Montag hin. Haut uns an, wenn ihr im Start, also nicht so anhauen, aber sprecht uns an, wenn ihr am Montag im Stadion seid, macht ein paar tolle Videos oder Fotos. Das wäre ganz toll und nett von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen auch die steigenden Zahlen jetzt gerade aktuell immer wieder und das gibt uns natürlich immer wieder auch Auftrieb, gerade nach solchen Negativerlebnissen ist für uns auch nicht immer leicht, dann zu sagen, boah, der MSV verkackt, wieder 3-2 und hier heute Abend Stream und Sendung. Manchmal möchte man sich auch ein wenig vergraben, von daher, ja, vielen Dank dafür. Habt ihr auf jeden Fall alle Tüfte mitgemacht hier heute. Bitte noch ein Like und einen Daumen dann lassen. Dir, Micha, trotz des Stresses auch heute vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, wie immer, alles auf den Punkt gebracht. Kommt gut in die Woche, habt alle eine gute Zeit. Wir sehen uns am Montag. Bis denn. Nur der MSV. Ciao. Ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen, außer nochmal für diejenigen, die neu dabei sind, der Hinweis, eure Kommentare, die ihr während der Sendung in den Chat tippert, tickert, die landen hinterher nicht in Comments. Wenn ihr also am Ende, wenn der Livestream vorbei ist, noch ein Resümee von euch da lassen wollt, dann müsst ihr das einmal bitte in die Kommentare schreiben. Das nur mal so zur technischen Information. Das heißt, eure Chats sind gleich komplett weg. Also, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. git hin 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 heim heim Kackmann- ... Vielen Dank.